Einem wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem niedlichen Let's Play Alfred Hitchcock Vertigo. So, wir befragen gerade den LKW-Fahrer, der damals zu Anfang Ed von der Brücke vom Springen abgehalten hat. Und er scheint auf jeden Fall in die Sache verwickelt zu sein. Und so wie es aussieht, ist Faye tot. Was mich sehr überrascht, weil bisher war Faye ja wirklich die Hauptverdächtige. Und ja, es wird immer mysteriöser. Ich glaube aber immer noch nicht, dass Ed es war. So, wir rufen mal das verrückte Miststück an. Okay. Anscheinend ist Faye das verrückte Miststück. Oh Junge, da scheint doch glatt jemand namens hirnloser Loser Barry sein verrücktes Miststück anzurufen. Erwischt. Oh oh. So, dann gucken wir mal. The Golden Blonde. Hey, wie geht's, Lieblingskunde? Verhaftet. Sheriff Ray ist hier. Und wer sind Sie? Oh, Tom DeLucci. Besitzer von The Golden Blonde. Was hat er angestellt? Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Sagen Sie mir, wann Sie ihn zuletzt gesehen haben. Ja klar, ich helfe der Polizei immer sehr gerne. Sheriff, der kam vor ein paar Wochen in den Club und hat ordentlich in Bräute und Drinks investiert. Okay, anscheinend hat er sich Geld damit verdient. Äh, wie viel hat er denn ausgegeben? Was meinen Sie mit viel Geld? Fast zehn Riesen. Wenn er's geklaut hat, ich weiß nichts. Meinem Kunden ist's lieber, wenn ich nichts frage, okay? Verdammter Verräter. Wir melden uns, Mr. DeLucci. Okay, ich hätt aber gerne noch gewusst, wann es war. P. Thompson? Hallo? Sheriff Ray ist hier. Warum ist diese Nummer in Barry Denisons Kontaktliste? Barry, wer? Oh, der sah in der App normal aus. Er hat seine Nummer nach dem ersten Date gelöscht. Äh, Miststück. Danke, Miss Thompson. Jemand wird sich in Kürze melden. Na, erzähl uns jetzt mal was. Wir finden Ihre Mütze, wo sie nicht sein sollte. Ihre Nummer, wo sie nicht sein sollte. Vielleicht sollten wir die Spielchen sein lassen, ne? Okay, anscheinend redet er jetzt. Sheriff, ich... Ich will... Ich hab die Leiche ihrer feinen Freundin drüben in der Leichenhalle. Und guter Bulle hin, böser Bulle her. Sie stehen hier unter Mordverdacht. Äh, äh, äh... Ich... Äh, äh... Aber ich... Sie sprang. Von Anfang an, Denison. Äh... Die sprach mich bei Lawrence an. Ich dachte, ich könnte mal wieder einen wegstecken. Die... Hat mir 200 Mücken Vorschuss gegeben und... Zehn Riesen für den Fall versprochen, dass ich hier bei einer... Total... Total legalen Sache helfe. Ich sollte... Einige Tage später an der Brody Canyon Bridge sein. So um... 4.30 Uhr. Rache. Der psychopathische Geist, der Folter und Missbrauch erlitten hat, ermordet nur hinderliche Randerscheinungen. Die drakonischeren Strafen hebt er sich für seine eigentlichen Opfer auf. Okay, ich glaube, wir kriegen jetzt endlich mal raus, was wirklich an der Brücke passiert ist. Oh, nein. Nein. Ist das etwa eine Leiche? Lass mich da raus, Kleine. Bist du sicher, dass ich dich da rauslassen soll? Hier ist nämlich keine Leiche. Bis jetzt. Hey, mal langsam. Nein. Ich bin dabei. Total. Zu 100 Prozent. Hä? Pennt der? Sozusagen. Ich will ihm nur ein wenig Angst machen zur Strafe. Was? Was hat er dir denn getan? Hm. Der hat mich missbraucht. Er hat mich missbraucht. Aber ich will nicht darüber reden. Oh, klar. Ja. Okay. Also, was soll ich machen? Warten. Okay. Aus dem Auto holen, Kofferraum leeren, Mord anhängen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Wir haben sehr viel zu tun. So, aus dem Auto holen. Dann versuchen wir das mal. Alright. So. Verabschieden. Komm, wir machen das mal. So, aus dem Auto holen. So, dann müssen wir den Kofferraum leeren. Ähm, genau. Wahrscheinlich ist da die Sporttasche drin, ne? Was ist in der Tasche? Wahrscheinlich der Anzug und die Perücke, oder? Okay, Kofferraum ist leer. So weit, so gut. Okay, dann haben wir noch Mord anhängen, betrunkenes Fahren anhängen, Spuren von mir und Jenny aus dem Auto beseitigen. Wecker an den LKW-Fahrer übergeben, LKW-Fahrer bezahlen, in den Wahnsinn treiben, okay. So, ich würde sagen, wir werden erstmal die Spuren in dem Auto beseitigen. Vor allem, wo ist Jenny? Frage ich mich gerade. Achso, warte mal. Flasche rausnehmen, Spritze rausnehmen. Ne, ich gucke erstmal, was wir hier noch an Spuren haben. Aber vor allen Dingen, wo ist Jenny? Jenny ist doch nicht hier drin. Wo ist das Baby? Okay, Waffe ablegen, genau. So, und die Whisky-Flasche muss ja wahrscheinlich auch noch da mit rein, oder? Ähm, genau. Oder ist Jenny doch noch drin? Was war das? Ich habe leider nicht sehen können, was sie da gemacht hat. Achso, ein Schnuller. Wo hat sie Jenny gelassen? Okay, wahrscheinlich hat sie Jenny vorher irgendwo in Sicherheit gebracht. Alright. So. Keine Spur von irgendwelchen Babys, oder? Dieser Faye. Sehr gut. Das wäre auch erledigt. So, wir geben mal den LKW-Fahrer den Wecker. Ja. Ist eine Menge Geld. Wenn du das verrätst, egal wem, wirst du es nicht mehr ausgeben können. Na, er ist denn auf jeden Fall nicht die hellste Kerze auf der Torte. So, wir gehen nochmal zur Tasche. Ähm, Flasche herausnehmen. Ach, die Whisky-Flasche, ne? Genau. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch platzieren. Ähm, anscheinend auf der anderen Seite. Oder? Wo müssen wir die Whisky-Flasche platzieren? Die soll doch mit dem Auto sein. Okay, anscheinend doch nicht. Was machen wir? Was müssen wir? Warte mal. Ach so, wahrscheinlich müssen wir die zur Ad legen. Kann das sein? Naja. Na, sie hat sich den Plan schon sehr gut durchdacht. Sehr ausgeklügelt. So, Rest kommt ins Auto. Alright, das haben wir auch erledigt. So, was fehlte noch? Wecker an den Lkw-Fahrer übergeben. Welchen Wecker? Okay, wir gucken mal. Wir hatten ja hier noch eine Spritze. Die würde ich auf jeden Fall nochmal rausnehmen. All right. So, oder ist das einfach nur eine falsche Übersetzung? Spritze übergeben. Okay, nicht Wecker, sondern Spritze. Alles klar. Was ist das? In deiner Hand oder deine Vene? Okay. Es war ein Übersetzungsfehler. Ich habe mich immer schon gewundert, was mit Wecker gemeint ist. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Ad in den Wahnsinn treiben. So wie es aussieht. Okay, wir schieben das Ding von der Klippe. So, einmal Wagen von der Klippe schieben. Oh, die Katze war mit drin. Okay, die Katze war mit im Auto. Alter, bist du mein Honk. Oh, die Katze war mit mir. Will sie da jetzt echt raufklettern? Sieht so aus. Okay, Preclimbing scheint ihre Sache zu sein. Warum hat sie nicht einfach von der Brücke abgeseilt? Wäre doch viel einfacher gewesen, als da hochzuklettern. Na, keine Ahnung. So, auf jeden Fall ist sie gleich oben und legt die Tasche dort ab. Wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie die Tasche da hingekommen ist. Wissen wir auf jeden Fall schon mal. So, wie gut. So, wie gut. Hm. Er wird aufwachen. Er darf dich nicht sehen. Er wird in meine Richtung kommen. Folge ihm. Dad? Okay. So weit war es ja schon nachvollziehbar. Aber warum war Faye plötzlich tot? Warum lag sie unten tot? Pass auf, dass er sich nicht umbringt. Loslassen. Lass mich los! Ruf dann die Polizei und melde einen Selbstmordversuch. Oh ja, ich bin auf der Brody Canyon Bridge. Ich habe gerade... Ich habe nur einem Typen das Leben gerettet, der runterspringen wollte. Und... Die sind gekommen. Und... Das war's. Wissen Sie was, Dernison? Ich glaube Ihnen. Sieht so aus. Wie konnten Sie nur den Teil mit dem Baby auslassen? Welches Baby? Welches Baby? Wieso? Ja, ja, genau. Was war mit dem Baby? Was war mit Jenny? Tut mir leid, ich lasse sie immer warten. Parley hat mir noch die Akte Horowitz ausgedruckt. Wessen Akte? Lisa E. Horowitz. Eine der drei Frauen, die bei Wongs einen Wagen gemietet haben. Kurz bevor Faye bei Miller angetanzt ist. Und aufgrund ihres Alters passt nur sie auf unsere Leiche. Ich habe Parley um mehr Details zu ihr gebeten. Wir können uns das ansehen, wenn Sie wollen. Und ich dachte, sowas passiert nur im Film. Willkommen in meinem Leben. Möchten Sie noch einen Blick auf das Brett werfen, bevor Sie das lesen? Die Ermittlungen nochmal durchgehen. Ja, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Nur zur Sicherheit schaue ich's mir lieber nochmal an. Okay. Wo fangen wir an? Man weiß ja nie, ob man nicht einmal was übersehen hat. Alright. So, okay. Es ist tatsächlich Faye, die tot ist. Aber warum? Sie ist niemals von selbst gesprungen. Das glaube ich nicht. Wir wissen, dass sie letztes Jahr am 8. Oktober zu Hause bei Miller aufgetaucht ist, mit ihm geschlafen hat und wieder verschwunden ist. Nur um ein Jahr später wieder mit einem Kind, Jenny, aufzutauchen, der angeblichen Tochter Millers, den sie wochenlang, als dessen Mutter verkleidet, mit Drogen vollgepumpt hat. Ihr Motiv? Rache. Nach dem, was sie Dennison erzählt hat, hat Miller sie missbraucht. Meinen Sie, das könnte stimmen? Hm, ich bin mir nicht sicher. Es kann sein. Er hat Angst, sich auf einen Partner einzulassen. Vielleicht wegen seiner Familiengeschichte. Aber er verhält sich nicht wie jemand, der andere missbraucht oder gar vergewaltigt. Aber so ungern ich das auch sage, wir können nichts ausschließen. Wobei das größte Rätsel für mich ist, warum ging ihr Plan nach hinten los? Sie ist ausgerutscht und das war's? Hat sie sich gerecht und dann einfach Schluss gemacht? Oder was übersehen wir? Ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall was übersehen. So, Barry Dennison. Faye hat ihm 10.000 Dollar gegeben, damit er ihr beim letzten Teil ihres Plans hilft. Zusammen haben sie Edds Wagen in den Canyon geschoben. Später hat sie sich als John Miller verkleidet, gewartet, bis Dennison Edd aufgeweckt hat und dann so getan, als würde sie von der Brücke springen. Doch sie trug einen Klettergurt, in den ein Seil gehakt war, versteckte sich unter der Brücke und steckte die Verkleidung und die Kletterausrüstung wieder in den Seesack. Während Dennison in der Zwischenzeit Edd am Springen hinderte und die Polizei rief. Naja. So. Autowrack. Faye stellte absolut präzise den Unfall nach. Bis auf die Reifenspuren. Indem Maddie Miller starb. Wie auch ihre Tochter. Ed Miller behauptet, dass seine Tochter, die neue Jenny, in dem Wagen gewesen sei. Doch der einzige Beweis für ihre Existenz ist ein Foto, das wir auf Fays Handy entdeckt haben. Zudem wollte Faye ganz sicher gehen, dass Ed der Mord angelastet wird. Also deponierte sie eine Waffe im Auto. Genau die Waffe, durch die Samuel Franklin starb. Und eine Flasche Whisky. Denn das hatte auch John Miller vor seinem Selbstmord getrunken. Ja, die Frage ist immer noch, wer hat Samuel getötet? Ich gehe zwar von Faye aus, aber sicher sein kann man hier auch nicht mehr. In der Tasche, die wir unter der Brücke entdeckt haben, war ein Herrenanzug. Den Faye trug, um wie John Miller auszusehen, der sich durch einen Sprung von eben jener Brücke das Leben genommen hatte. Dort war auch ein Neuroleptikum, mit dem Ed Miller vermutlich betäubt worden ist. Kletterausrüstung. Und? Der Schlüssel zu einem Fahrzeug, dass wir es noch finden müssen. Vielleicht war es ihr Fluchtauto. Mag sein. Alright, so. Ich glaube... Ach ne, hier ist ja noch... Oh, hier ist ja noch sehr viel mehr. Genau, was ist mit Esther? Es gibt hier noch so viel zu suchen. Ich glaube, wir müssen beim nächsten Mal weiter gucken. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und ich wünsche euch einen guten, guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, wir sehen uns im nächsten Jahr. Auf das ich mich schon richtig freue. Denn es wird sehr, sehr viele spannende Projekte geben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.